Hallo, ich bin Sychi und willkommen zum Let's Play von The Walking Dead. Ich habe eben gerade einen fiesen Cut gemacht, haben alle gesagt, deswegen werden wir jetzt ganz einfach weiter machen. Und durch diese Tür gehen. Verdammt, es ist hier kalt. Vielleicht kann ich die Tür öffnen? Ich mag das nicht. Ich schreibe es mit etwas öffnen. Eine Lötlampe. Das ist genau das, was wir brauchen. Da? Ja, wir müssen da rein und die Blattdorch bekommen. Käfigtür. Käfig. What the fuck? Okay, dann gehen wir mal da rein. Aber erst mal gucken, was denkst du? Es ist gut, aber es ist ein bisschen Platz am Topf. Oh, du bist glücklich, ich bin so klein. Ja, wir sind. Ich möchte dich aber gar nicht da hinbringen. Scheint wohl nur so zu gehen. Was? Hinter mir. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Oh nein. Scheiße. Jetzt ist wohl es dunkel, aber egal. Nein. Nein. Scheiße, Alter. Scheiße, Alter. Oh. Oh, gegen zwei geschafft. Es ist okay, es ist okay. Alles ist okay. Oh nein. Geh her. Nein, nein. Oh, oh, oh. Mach doch auf. Alter. Alter. Oh. Oh. Gott. Oh. Das ging nicht so gut. Nein. Es ging nicht so gut. Aber wir sind okay. Alles ist okay. Hm. Okay. Alter. Was ist passiert? Ich dachte, ich habe einen Schuss gehört. Wir sind gut. Hm. Wir haben einige Walkers gefunden. Wir haben es geregelt. Wir haben es geregelt. Ja. Es sieht so aus. Was, wenn du es nicht hatten? Was wird das denn jetzt? Ich werde sicher machen, dass der Ruhe uns keine Probleme hat. Das ist eine gute Idee. Was geht dich das an? Ich hoffe, du wirst wissen, was du mit ihr machst. Ich auch. Ich nicht. Ich nicht. Falsch gedrückt. Ich wollte nicht. Ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, ich weiß, was ich tue. Ach, scheiße. Ich hätte ich auch sagen sollen. Ach, egal. Eine Entscheidung, die ich nicht so meinte, wie ich sie meinte. Aber egal. Komm. Sicher, du bist okay? Ja. Ich bin ein bisschen schäfig. Es wird passen. So, da sind Walker jetzt. Jetzt können wir auch hier reingehen. Anschauen. Leeres Regal. Sie hatten nicht vieles Geschäft. Ich wundere mich sowieso, dass sie nicht noch irgendwie andere Sachen hier haben. Nein, sie haben nur diesen... Ja, diese Lötlampe. Let's gehen jetzt raus. Was haben wir gelernt? Ich bin nicht bereit für eine Schraube. Wir haben gelernt, keine Angst zu haben. Alles ist dumm. Du musst lernen, abzudrücken. Wir haben gelernt, keine Angst zu haben. Auf. Du musst nur lernen, zu lernen, zu schrauben. Das ist so hart. Nicht denken. Du musst nur das tun. Leid mit dem, was passiert. Ich versuche es. Genau, sie muss das noch lernen. Sie kann doch jetzt noch nicht die Superschützin sein. Das wäre unzumutbar. Vor allem für ein achtjähriges Mädchen, verdammt. Ich bin mal gespannt, wie wir das machen, ey. Zünden wir das an, oder was? Wir wollen es ja durchschneiden. Aber trotzdem ist das riesig. Wenn das Ding abgeschnitten wird, landet es dann auf dem Gleis. Und wir brauchen einen Kran, um das Ding wegzuschaffen. Würde ich jetzt sagen. Ich habe eine Blutdorch in der Station gefunden. Ich sollte schnell mit dem Kuppling da machen. Excellent. Ich komme da mit dir mit dir, um zu sehen. Ich hoffe, dass ich euch vertrauen kann, weil ich habe echt viele Leute schon verloren. Und ich brauche endlich mal wieder gute Leute. Okay, wir haben jetzt diese Lampe. Meint ihr, hier oben ist noch was? Ich glaube nicht. Oh, da war ein Leck. Da können wir die Lötlampe jetzt benutzen, ne? Ich habe keine Ahnung von sowas, ey. Okay. Aber trotzdem. Was ist das? Die Hose, da ist ein Leck in. Schau es aus, Mann. Ich will nicht meine Augen aufgelöst. Ich habe das Leck mit etwas. Ich habe Klebeband. Woher habe ich dieses Klebeband? Egal. Ich hoffe, es gibt Hose. Yeah. Weiter geht's. Oh. Danke, Mann. Ich kann mich ja auf ihn verlassen. Will er das machen? Ich rede mal kurz mit ihm. Ich denke, das wird funktionieren. Mann, du kaltest Metal mit Feuer. Wie kann es nicht? Willst du es machen? Hier. Die wege Kälte der Kälte ist aus meinem Bezug. Du denkst, es wird in meiner Meinung sein? Nein. Aber ich werde dich über die Lötlampe schreiten. Was in der Hölle bist du? Gott, du bist ein echtes Scheiß, nicht wahr? Schau es und starte zu kümmern. So war das gar nicht gemeint. Ich habe nur gehört, dass er gerne Sachen durchschneidet. Oh, fuck. Och, du Scheiße. Scheiße. Oh, fuck. Oh, hoffentlich geht das zur Seite. Alter Schwede, guckt euch das an. Und auch noch Öl hinterher. Wir ballern da gleich drauf. Wir gehen runter. Fuck. Oh, Gott. Dein Ernst. Wie du willst. Du bleibst. Spring. Warte. Spring. Warum springst du nicht mit? Umid. Oh, fuck. Hätte sich was gebrochen. Ach, du Scheiße. Okay. Wo ist eine Waffe? Krista, komm her. Hol Umid. Ich habe gedacht, ich kann beide retten. Nicht dein Ernst. Komm her. Umid. Ich wollte zuerst sie und dann ihn, weil er vorne gerettet. Oh, shit. Das war ein viel. Ah, ich habe uns ein bisschen verkackt mit den beiden jetzt. Ja, eben gerade das ging alles so schnell und ich hatte Angst, dass wenn ich das nicht richtig mache, ich alles verkacke. Deswegen, er war ja vor ihr, deswegen wollte ich sie reinholen und danach ihn. Ich habe gedacht, ich könnte beide reinholen. Naja, egal. Es sind beide an Bord, das zählt ja nur. Und Clementine geht es gut. Ja. Und das ist die Hauptsache, dass es ihr gut geht. Kenny. Kenny. Kenny, Doug und seine Frau Katja. Es ist einfach zu schlimm. Du willst nie heilen. Du schaffst das schon. Ich habe es dir versprochen. Ich habe es dir versprochen. Das ist doch eine Falle. Was ist denn das jetzt für ein Creep? Vor allem, der hat das so komisch betont. Ob du willst oder nicht. Ich habe deine Eltern hier. Komm her. Was ist das nun für ein Typ? Hm. Gut. Ende der Episode 3. Wir sind fast auf dem Wasser. Willst du auf ein Boot gehen? Willst du warten, bis die Walkern herausfinden, dass wir hier sind? Ich weiß, dass ich versprochen habe, dass wir deine Eltern finden. Aber Savannah ist mehr gefährlich, als ich dachte, es wäre. Ich weiß nicht, wie lange er weiter kann, wie das so sein kann. Wenn seine leggekrankt wird, wir müssen ihn verraten. Oder ihn verraten. Wenn ich ihn verraten werde, werde ich aus der Straße, jetzt. Wer ist das denn? Answer mich, verdammt! Also, wann warst du uns über das Radio erzählen? Wer warst du mit? Du kommst hier zurück, ich werde dich töten. Verstehst du? Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Huh. The Walking Dead Episode 4 Hinter jeder Ecke Demnächst im Kino. Okay. Schneller, barmherziger Tod. Hast du Mädchen auf der Straße? Du und 59% der Spieler haben sie nicht erschossen. Aha. Zurückgelassen. Hast du Lilly zurückgelassen? 42% haben das gemacht, okay? Konfrontation. Hast du mit Kenny gekämpft? 55%. Oh, ich bin immer irgendwie mittig. Eine schwere Last. Hast du Duck erschossen? Oh. Das haben mir sehr viele gemacht. Fast 80%. Du und 44% der Spieler haben Omid nicht geholfen. Ja, keine Ahnung. Das war echt so im Gefecht. Da habe ich schnell X gedrückt. Aber naja. Wollte ich nicht. Ja, das war The Walking Dead. Der lange Weg. Episode 3 ist nun vorbei. Oh, das hat sich gerhymt. Episode 4 folgt auf meinem Kanal. Und weil dieser Part zu kurz war, werde ich ihn heute noch veröffentlichen. Das wäre etwas doof, weil der Part viel zu kurz ist. Und ja, Leute, ich bin Zichi. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.